Diesmal möchten wir Ihnen ein paar Farbsteinringe zeigen. Hier haben wir ein Exemplar mit Aquamarinen. Ein heller Aquamarin in der Mitte, sehr schöne Größe und außenrum ein Ring aus mehreren kleinen Aquamarinen. Auch die in einem sehr schönen hellen Farbton. Der Mittelstein wiegt 10,61 Karat und auf der Schiene sind noch einige kleine Diamanten gesetzt. Der Preis ist 1.450 Euro. Der zweite Ring, den wir Ihnen hier in dieser Reihe zeigen möchten, ist wiederum ein Aquamarinenring. 18 Karat Weißgold mit Diamanten seitlich auf der Schiene. Der Preis 1.450 Euro. Ein ganz besonderes Stück haben wir hier noch mit einem wundervollen Aquamarinen in einer Topfarbe. Das Gewicht des Steines 8,62 Karat. Die Schiene sehr massiv aus 18 Karat Weißgold gearbeitet. Der Preis 6.800 Euro. Sie erreichen uns über unsere Webseite oder unter info.at.galerie-am-elisengarten.de oder ganz einfach per Telefon 0241 37675. Unser Team freut sich auf Ihre Rückäußerung. Danke. Danke. ligt. Untertitelung des ZDF, 2020